Qigong, mehrdaoistische Übungen im Zyklus der Jahreszeiten des chinesischen Kalenders. Großer Schnee, Wintersonnenwende, kleine Kälte. Die Namen der Übungen entsprechen den Jahreszeiten, in denen sie besonders durchgeführt werden sollen. Qigong for you, Qigong for you, Qigong for you. Großer Schnee ist eine besonders energetisierende Übung und sie erwärmt den ganzen Körper. Laut Davong soll sie Halsentzündungen heilen, Schmerzen im oberen Bauchbereich und Husten in Verbindung mit Atemproblemen lindern. Haltung und Schritte werden militärisch ausgeführt, während die Hände im Schrittrhythmus weich bewegt werden. Wintersonnenwende reguliert den Skifluss in den Gliedmaßen, stärkt die Nierenenergie und regt die Tantien im Bauchbereich an und die Funktion der Bauchorgane. Bei kräftiger Ausatmung werden die Knie mit den Fäusten nach unten in die Streckung gedrückt. Kleine Kälte soll laut Davong die Funktion der Verdauungsorgane anregen und dadurch Magenschmerzen, Blähungen und Übelkeit lindern und gegen Erschöpfung und Schläfrigkeit helfen. Während der Kopf zur einen Seite geneigt wird, wird der entgegengesetzte Arm nach oben mit abgewinkeltem Handgelenk zum Himmel gestreckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017